hallo und herzlich willkommen in claudias küchenexpress zum wochenende und bei dieser hundskälte möchte ich euch etwas präsentieren womit ihr euch dann anschließend nachdem ihr es euch angerührt habt mit einem buch und einer kuschel decke auf die couch legen könnt und da ein bisschen chillen und es euch gemütlich machen könnt denn es gibt von mir ein neues cappuccino pulver ich habe ja bereits den weihnachts cappuccino und den normal das normale cappuccino pulver und ich werde euch die playlist dafür getränke mal hier unten verlinken nach dem video werde ich es euch dann einblenden aber das hier diesen jogurette cappuccino der ist richtig richtig lecker probiert ihn einfach mal aus auch eine super geschenk idee und ich zeige euch mal was wir dafür brauchen was wir brauchen für die jogurette für das jogurette cappuccino pulver sind natürlich zwei tafeln jogurette 100 gramm dann brauchen wir 150 gramm milchpulver welches ihr da benutzt das überlasse ich euch ich habe jetzt hier kaffeeweißer genommen weil ich den noch im haus hatte dann 100 gramm zucker 35 gramm gefühl getrockneten löslichen kaffee da die vorliebe das liegt auch bei euch und einen halben teelöffel zailon zimt bio zailon zimt nehme ich immer ich werde ihn euch mal verlinken hier unten drunter weil wups langsam kind und ist der original zimt was ihr so im laden bekommt es meistens der cassia zimt das ist der billige chinesische zimt aber der hier hat wirklich ein klasse aroma den würde ich euch empfehlen was wir als erstes machen wir nehmen unsere joguretten packen wir uns aus und schneiden und die in drei stücke und frieren geben sie in den gefrierschrank für ungefähr eine halbe stunde das reicht aus so während der wartezeit wo ich meine schocke gekühlt habe die sind wirklich gut durchgekühlt habe ich mir noch eierlikör gemacht alkoholfreien weil der findet ihr auch in unter meinen getränken ich habe vor einen kuchen zu backen und wenn er gut wird dann werde ich den veröffentlichen das lasse ich jetzt hier noch ein bisschen runter kühlen da kommt das im kühlschrank ich bin ein bisschen außer atem vielleicht kennt ihr das ja ihr habt es in der hand ihr geht runter in den keller legt es ab und ihr wolltet eigentlich was mit nach oben nehmen tut es nicht könnte zweimal laufen meine oma hat schon immer gesagt kind was du nicht in der beine was du in dem kopf hast du in der beine so die sind jetzt richtig gut durchgekühlt und wir beginnen jetzt mit unserem jogurette cappuccino pulver in dem wir unseren zucker zu puderzucker verarbeiten ich setze dann immer meinen maximizer ein ist der deckel nicht so verschmixt und ich bild mir eine staubt halt nicht so sehr und das mache ich zehn sekunden auf der stufe 10 ist richtig schön geworden staubt wirklich weniger und das will ich mir jetzt gerade um in so ein kleines schädchen weiter geht's mit unseren gefrorenen jogurette warum die gefroren sein muss ist deswegen weil wenn das messer sie zerkleinert entsteht ja auch eine reibungs wärme und dann würde das pulver nachher matschig also die sollten wirklich durchgefroren sein und die werden jetzt zerkleinert acht sekunden auf der stufe 8 schaut mal so fein ist es jetzt und wie ihr seht es ist halt auch nicht jetzt matschig oder so weil die halt so durchgekühlt sind kann da gar nichts passieren dass das nachher klumpen würde da gebe ich jetzt den kaffee dazu unser milchpulver und unseren zucker und zum schluss den halben teelöffel an zimt ich rühre das einmal gerade so einem spartel durch und vermischt das vier sekunden auf der stufe 6 so ich mache jetzt keine schleichwerbung aber ich habe hier diese gläser vom löslichen kaffee die da mache ich die aufkleber runter mit dem etiketten entferner was ich in meiner spezialiste habe und dann verwende ich die wieder genau für solche sachen ich kann so schlecht sachen wegschmeißen man könnte es ja wieder gebrauchen gerade was gläser angeht oder so die mag ich nicht wegschmeißen so schaut mal toll oder und das duftet so lecker und ich werde mir auch gleich eine tasse machen schaut mal so ein großes glas habt ihr jetzt davon das ist voll und was ich immer mache ich mache ihr könnt natürlich jetzt hingehen und fünf teelöffel auf eine tasse heißes wasser machen mögt ihr sehr cremig natürlich dann auf eine tasse milch ich mache meins immer halb 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 wasser halb milch und das ist total lecker jetzt wenn ihr natürlich gäste habt und ihr wollt direkt vier bis sechs tassen machen könnt ihr das im thermomix machen ihr macht es alles in den mixtopf und dann einfach auf erwärmen und ich mache das meistens so auf 80 grad herrlich ganz tolle sache ich bereite mir direkt mal einen zu ich habe mir jetzt ein bisschen milch ins glas getan das rühre ich mir zuerst mal ein bisschen auf und dann ab heißes wasser dazu so jetzt werde ich noch ein bisschen milch aufschäumen und vielleicht so noch ein bisschen schokosträusel drüber mal gucken schön fetten strohhalm rein und dann werde ich mich auf die couch zurückgehen und genießen und ich hoffe ihr werdet das gleiche tun macht euch einfach nach weil er ist wirklich 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 lecker jawohl und ansonsten sehen wir uns dann am montag wieder beim nächsten video lasst euch überraschen wie immer und wünsche euch ein fantastisches wochenende bis dann lecker ciao ciao auch aber auch Bis zum nächsten Mal.